Hallo, da bist du zu dem kleinen Erklärvideo zu Scham und Schuld. Und ich möchte in diesem kurzen Video einfach einige Impulse und Hintergründe geben dazu, wie Scham und Schuld vielleicht entstehen können im Leben, diese sehr starken Gefühle, die oft sehr existenziell sind, bis in den Kern gehen, ohne jetzt zu sehr auszuufern. Und ich möchte dann auch den Bogenspannen dorthin, was eventuell unterstützend wirken kann, um sich diesen Themen anzunehmen im heutigen Leben, also im Erwachsenensein. Denn diese sehr einprägsamen Gefühle und auch Verhaltensweisen, Gedankenmuster und auch Selbstbilder und Glaubenssysteme, die sich auf Scham und Schuld so aufbauen und drumherum, die entstehen meist ganz früh in der Kindheit. Wir werden nicht damit geboren. Es sind Emotionen, diese selbstbewussten Emotionen von Scham, Schuld oder auch Stolz, die entwickeln sich im Laufe der kindlichen Entwicklung einfach. Und es beginnt so ab 18 Monaten. Es nimmt dann seinen Lauf, gerade so ab drei Jahren geht es weiter, wenn wirklich klar wird, ich bin ich, du bist du. Es hat auch einen großen Peak nochmal im Jahren von sieben bis neun Jahren und dann auch in der Adoleszenz, in der Pubertät. Und ganz klar zeigen Studien, dass je früher Entwicklungstraumata entstehen, desto gravierender die Einflüsse natürlich sind. Das macht Sinn vor dem Hintergrund von dem, was du vielleicht auch über Trauma bereits weißt. Das heißt, es hat einfach umso mehr Einfluss auf die Entwicklung von Selbstwert, von auch Gehirnbahn, auf die Reife eines Kindes, wenn frühes Entwicklungstrauma vorliegt. Und ganz, ganz früh entstehen diese Gefühle bei Kindern, die das zeigen Studien, die Gewalterfahrung gemacht haben. Und zwar entweder oder oder auch die volle Palette von emotionaler Gewalt. Das heißt sowas wie ständige Kritik oder auch Zurückweisen, aber auch physische Gewalt, ebenso wie sexualisierte Gewalt, ganz gravierend. Das sind wirklich tiefe, tiefe, einschneidende Erlebnisse in das Gefühl von Werte und Würdigkeit und Platz haben und liebenswert sein und richtig sein in dieser Welt, so wie ich bin. Und um mit diesen sehr tiefen und einschneidenden Erlebnissen zurecht zu kommen, haben wilden Kinder, wilden Menschen, unser menschliches Gehirn, einen sehr schlauen Mechanismus aus, nämlich die Fragmentierung. Das heißt, es bilden sich verschiedene Anteile, um dieses Gefühl von Scham und Schuld, das da entsteht, aufgrund von sehr widrigen Umständen und unsicheren Gegebenheiten bis zu sehr bedrohlichen Gegebenheiten, bilden sich Anteile, die das abspalten, um es überhaupt ertragen zu können. Und ich sage das so in dieser ganzen, ja, so ein bisschen Deutlichkeit, weil es auch einfach dem Thema gerecht wird. Das muss nicht beschönigt werden, das ist der Ursprung dieser Emotionen und ich mag es auch gleich nochmal ein bisschen differenzieren. Und zwar, wenn wir nämlich schauen, was ist toxische Scham, was ist toxische Schuld, also wenn wir dieses neumodische Wort von toxisch nehmen mögen, dass da einfach sehr hilfreich ist, um das zu beschreiben, was giftig ist, was von innen vergiftet auf Dauer. Und was ist vielleicht auch eine gesunde Scham oder eine gesunde Schuld? Eine gesunde Scham ist sozusagen die Grenzhüterin deiner Würde. Also sie hütet deine Grenzen. Sie macht klar, oh, hier wird was Intimes, sie schützt deine Grenzen. Hier wird was Intimes berührt. Ich brauche hier gerade meinen Raum. Schon ganz, ganz kleine Kinder ziehen sich für das große Geschäft intuitiv unter den Tisch zurück, wenn sie noch Windeln tragen oder in den hinteren Raum und machen deutlich, es ist hier gerade was Intimes, ich brauche hier gerade meinen Raum. Als ein Beispiel. Dir fallen sicherlich noch weitere Beispiele ein. Also da hat Scham eine sehr gesunde Funktion, deinen intimen Raum zu schützen. Das Geläbe gilt für Schuld. Auch Schuld hat eine gesunde Funktion im Sinne von einem ethischen Verhalten, einer Gerechtigkeit, einem, wie gehen wir miteinander um in einer Gruppe. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Nachbar in den Garten gehe, ohne zu fragen und mich an seinem Äpfelbaum bediene und Äpfel wegnehme, die nicht meine sind, dann fühle ich eventuell Schuld danach. Dann kann ich hingehen und mich entschuldigen. Ich entschuldige mich. Ich löse das dann wieder auf. Und dann kann es wieder fließen. Das ist so die Form von einer Schuld, die einen Sinn hat, diesem Schuldgefühl. Wie zeigt sich Scham, wenn wir da so ein bisschen gucken wollen und nochmal den Bogen spannen, auch zu den physiologischen Prozessen oder auch zu unserem Nervensystem? Welche Zweige vom Nervensystem spielen da mit, spielen da eine Rolle? Also wenn du Scham empfindest und da gehen wir jetzt in den Bereich auch, ja, wir bleiben noch bei den beiden Bereichen, aber es geht jetzt in den Bereich der Beschämung. Und das ist dann die toxische Variante. Wenn du also beschämf wirst, wenn du Scham empfindest aufgrund von Beschämung, dann zeigt sich das sehr deutlich in Verhaltensweisen, die quasi so ein bisschen sich in den Körper einschreiben und die sich eventuell auch weiter im Leben zeigen. Ein Vermeiden von Augenkontakt. Das ist sehr schwerfällt, Augenkontakt zu halten. Ein sehr gesicht, also eher so eine Ausdruckslosigkeit im Gesicht, so ein schlaffes Gesicht oder auch Mundwinkel, die so runterhängen. Das wäre so ein Zeichen von der dorsalen Energie. Genauso wie das so eine kollabierte Körperhaltung. Das heißt, der Kopf geht so ein bisschen runter, die Schultern gehen so ein bisschen vor, der Rücken ist so ein bisschen geneigt. Auch das zeigt eine Haltung von, ich ducke mich weg, hier wird was geschützt. Natürlich erröten, schwitzen, Übelkeit, Durchfall. Da kommt der Sympathikus mit rein, mit der Ladung. Das ist quasi das, was das System dann mobilisiert. Aber insgesamt sprechen wir bei Scham und Schuld von einem Freeze-Zustand, von einer Schockstarre. Denn das bedeutet eigentlich so einen gemischten Zustand. Da ist die Ladung sehr hoch im System, aber sie kann nirgendwo hin, weil es nicht sicher genug wäre, das gerade rauszulassen im Außen. Das heißt, die Ladung wird gehalten. Das heißt, der Sympathikus ist auch da. Es ist also auch ein gemischter Zustand, Sympathikus und aber auch der Dorsale, der gerade die Energiebremse reinbringt und sagt, wir halten das jetzt hier fest im Inneren. Es wird also nicht mobilisiert. Es wird im Inneren festgefroren. Wie so ein Eishürfel kannst du dir das vorstellen. Und vielleicht kennst du es auch aus ganz eigenem Erleben. Das Dorsale bringt diese Unbeweglichkeit mit rein, den Eishürfeleffekt. Bei dieser toxischen Scham, von der ich jetzt gerade schon so ein bisschen spreche und das auch gerade schon so ein bisschen beschrieben habe, findet also eine, wir nennen das, global hohe Aktivierung im inneren System statt. Das ist also, das betrifft die ganze Sphäre. Es ist so übergreifend. Und im Gegenteil zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass eine gesunde Scham deine Grenze beschützt und auch deine eigene Würde beschützt, ist diese toxische Form von Scham, also eine Beschämung zu erleben oder auch eine Demütigung, das ist nochmal eine Steigerung, ein Grenzsprenger. Das heißt, da ist wenig Raum für eigene Grenze und auch wenig Gefühl für eigene Grenze, denn das wäre viel zu gefährlich in dem Moment, dir zu wahren. Das war so ein bisschen das Beschreiben von dem, was stattfindet bei Gefühlen von Schuld und Scham. Das ist eine sehr, ja, ich sage jetzt mal, oberflächliche Beschreibung. Hier wirklich tief ins Detail zu gehen, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Und trotzdem war es mir wichtig, das mit reinzunehmen, weil es doch eine große Verbindung hat zu einem versehrten Selbstwert. Also wenn wir merken, wir haben einen Selbstwert, der ist eigentlich so ganz, ganz klein, wie ein kleines Sandkorn oder noch kleiner, dann kann es sehr gut sein, dass das mit starken Gefühlen von Schuld und Scham oder Schuld oder Scham gekoppelt ist. Was kann jetzt so eine Art Gegengift für dieses Toxische sein? Also was kann, was kann einen anderen Impuls setzen? Wie kommen wir da raus? Und das ist tatsächlich das, was ganz häufig auch genannt wird im Bezug auf traumasensible Arbeit, nämlich Selbstmitgefühl, Mitgefühl mit dir selbst und auch Wohlwollen. Diese sehr heilsame Haltung des Innerens Wohlwollen. Also ein Gegengift kann sein, sich selbst wohlwollend in einer Selbstannahme zu begegnen. Und vielleicht hörst du da schon, was da mitschwingt, nämlich, ich muss nichts irgendwie sein, ich bin so richtig, wie ich bin, ich trage keine Schuld, ich muss mich hier nicht schämen, einfach weil ich da bin. Ich bin richtig, so wie ich bin. Und wenn du da irgendwann hinkommst und ich glaube daran, dass das möglich ist, sonst würde ich hier nicht sitzen, dann ist es dir wieder möglich, deine eigene Würde zu spüren, deine Wertigkeit und auch deine Grenzen zu schützen. Also, Gegengift kann sein, wohlwollende Selbstannahme, das beinhaltet sich in kleinen Schritten nach und nach, den beschämten inneren Anteilen, ich habe ja am Anfang von einer inneren Fragmentierung gesprochen, also ein Abspalten in verschiedene Teile, gibt es also vielleicht einen Teil, der spürt ganz stark Schuld, sich diesen Anteilen zu widmen und zu schauen und auch den beschämten Anteilen zu widmen und zu schauen, was braucht es, was ist unterstützend für diese Anteile, um aus dieser, vielleicht auch erstmal dieser körperlichen Reaktion rauszukommen. Wenn du merkst, ah, da kommt gerade die Scham, da kommt die Beschämung, du merkst, dein Körper reagiert und du bemerkst vielleicht sogar, kannst es beobachten, dass du in eine Art Schockstarre gehst. Hallo, das ist toll, dass du das beobachten kannst oder dass es dir im Nachhinein auffällt. Das ist der Moment, wo du dich fragen kannst, was tut mir gut, um aus dem Freeze zu kommen, aus dem Schock rauszukommen, aus der Körperhaltung des Kollabierens, des Vermeidens, des Rausgehens, der Fluchtbewegung, was auch immer es für dich ist in dem Moment, was braucht es, um da rauszukommen? Das kann ganz unterschiedlich sein. Für manche Menschen ist das sanfte Bewegung, für andere Menschen ist das sowas wie ein Spaziergang. Schöne Musik kann sehr wohltuend sein, weil sie unseren Vagusnerv immer stimuliert. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich brauche ein gutes Gespräch mit einer vertrauten Person oder an meinen Lieblingsort. Ganz egal, was es für dich ist, was braucht es, um aus diesem Schock, diesem inneren Starre, der inneren Starre rauszukommen? Das heißt, der nächste Schritt könnte eben auch zu sein, sich zu fragen, wenn der Körper sprechen könnte, was würde er mir gerade sagen? Das eine ist sowas, was brauche ich, um aus dem Freeze zu kommen und auch wirklich zum Wenden in den Körper gerade sprechen könnte, wenn ich mich nochmal in diesen körperlichen Zustand reinversetze, was würde mir der Körper gerade sagen? Ist das vielleicht eine Form von Bewegung, ein Impuls, ein, ich muss mich strecken, nachdem ich hier so klein war? Oder ist das eine Form von Atmung, erstmal wieder einen tieferen Atemzug zu nehmen und damit hier ganz sanft nach und nach in Kontakt zu finden? Es muss nichts Spektakuläres sein, es muss nicht besonders schnell gehen, es geht eher darum, überhaupt diese Perspektive einzunehmen und sich dir selbst nach und nach zuzuwenden. Denn das bildet neue Anteile, nämlich einen Anteil, der das kann. Ein Anteil, der im Hier und Heute, jetzt auch gerade dieses Video mit mir schaut, der mitdenkt, der reflektieren kann, ein Netzwerk, das weiter ausgebaut ist und dem es dadurch möglich ist, neue Perspektiven einzunehmen und auch neue Selbstbilder zu kreieren und eine eigene Sicht auf die Welt zu haben. Und so ein Anteil kann sich dann auch den beschämten oder beschuldigten Anteilen widmen, nach und nach. Also das heißt, es wäre so ein Shift von warum passiert mir das jetzt oder warum habe ich immer wieder damit zu tun, hin zu was braucht es, was braucht mein Körper, was braucht mein Inneres, meine inneren Anteile, damit sie genug Sicherheit spüren, dass das nicht mehr passiert. Genau. Also das heißt, es hat viel damit zu tun, uns dem zuzuwenden, zu schauen, was können wir Heilsames hinsenden, Sachen vom Unbewussten ins Bewusstsein zu bringen, innere Ressourcen zu finden und wirklich gut zu werden, sich zu schulen in dieser Selbstbeobachtung. Und das tun wir im Yoga ja immer durch die, das ist ein ganz großer Teil vom Yoga, das Selbstbeobachten. Und da kriegst du dann vielleicht auch mit, wenn sowas wie eine innere, so eine internalisierte Kritik stattfindet, wenn also sowas stattfindet, wie, ich nenne mich selbst mit nicht so schönen Namen, ich dumme, dusselige Kuh oder was es da so gibt. Also da habe ich das schon wieder nicht hinbekommen. Du kennst es, also wir sind ja meistens sehr gut da drin, uns selber nochmal irgendwie einen rüber zu braten und auch das ist was Erlerntes. Denn auch so kommt kein kleines Kind auf die Welt. Ich sehe ja meine Kinder derzeit auch aufwachsen und stelle immer wieder fest, wie rein diese Wesen eigentlich kommen und wie schnell sie dann durch Gesellschaft, auch durch natürlich innerliche Prägungen oder auch familiäre Prägungen mitbekommen, wie was wo läuft und sich auf sich beziehen und es dann wieder umsetzen. Und was ich eigentlich sagen will ist, wenn du also mitbekommst, dass du nicht so schön mit dir sprichst in einer sehr harten, abwertenden Art und Weise, wenn du das mitbekommst, ist das toll. Und dann kann auch da wieder so ein Anteil reingehen oder eine andere Perspektive angehen, die sagt, wohlwollende Selbstannahme, jetzt ist es mir wieder passiert. Es tut mir so leid, dass du gerade wieder deinen Selbstwert hintergangen hast, dass du deine Wertigkeit außer Acht gelassen hast. Jetzt bin ich da. Jetzt höre ich zu. Das wäre eine Möglichkeit, wie so eine wohlwollende Selbstannahme nach und nach stattfinden kann. Und viele kleine Bausteine dazu findest du in den Yoga-Klassen, zum Beispiel in Form der Intention, die wir zu jeder Stunde gemeinsam setzen, auch in der Art und Weise, wie ich vielleicht Sachen anleite und spreche oder auch in den Imaginationsreisen und Meditationen und kleinen Übungen, die ich einbaue in die Stunde. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass sie unterstützende Impulse für dich liefern können. Na dann, let's go. Viel Spaß. Vielen Dank.